Ich bin Christoph und ich mache hier das Training zusammen mit Tim und Johannes. Ich habe vor fünfeinhalb Jahren hier bei dem Hochschulquart auch angefangen mit Kickboxen und seit einem Jahr mache ich jetzt hier das Training mit den beiden. Normalerweise fangen wir mit dem Aufwärmen an, dann gehen wir zu einem Technikteil über, dann noch ein kurzes Teil Sparring und am Ende dann Kraftausdauern. Fertig und los! Eins, zwei, drei, reichlich healthy, schüttern hoch, hoch, fertig. Bei uns ist jeder herzlich willkommen, so eine gewisse Grundsportlichkeit wäre schon ganz praktisch, aber ja, das kommt dann auch hier mit der Zeit.